willkommen zurück willkommen zu einer weiteren folge auf der karte im spiel es ist ja spaß team days to die oder so ähnlich hier gibt es einen überlebenskampf den 8 habe ich gut bestanden ich habe das noch gegessen aber leider reicht nicht so viel das heißt wir müssen mal gucken oder ich mal guck mal ob wir etwas brauchbares finden hier Dosenfleisch zum Beispiel können wir essen Wasser haben wir noch aber wir haben heute noch Wasser holen das heißt wir werden noch die leeren Krüge die wir jetzt haben denn wasser ist ganz wichtig haben keine Durst haben sieht schlecht aus wir haben hier wasser wie müsste noch ein heute so wir haben Besuch wir haben Tag 6 morgen ist Tag 7 wenn man nicht ganz ehrlich das schaffen soll mich gar nicht hier haben wir eine Tür das ist blöd von mir das heißt ich werde mal gleich einen Zaun verbauen schauen wir mal wo wir einen Zaun bauen können was ich selber schützen kann die Dom von mir dahin zu latschen Rohstoffe Gebäude Glende 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 So. Da. Meine Typen machen es eh kaputt, aber für mich ist es immer in Anführungszeichen ein Gewehr, dass ich da nicht reinlaufe. Das ist halt nicht so leicht. Ja. Ja. Gut, haben wir überstanden. Die müssen auflöpeln. Die Brüder bringen am meisten XP. Ist ja so. Oh, ein Vogel ist. Was ist das? Oh. 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 und bauen mal die Kamm hier will ein Waffenschein ankommen die aus dem Keller ein Waffenschein an die Kamm eine Kamm die Kamm die Kamm Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das brauch ich noch. Das wird meine Gesundheit nicht besser. Nur weil ich da reingelatscht bin in meiner eigenen Falle. So, schauen wir hier im Haus nach. Wo im Haus gehe ich ungenein. Weil ich eigentlich nicht gut... Aber ich habe eine schlechte Fassung. Ich habe mich interessiert. Das ist schlecht. Gründer muss hier den Tod suchen. Hm, eine Axt ist schon schade viel. Das heißt... Müsste hier am Bett erscheinen. Das heißt... Ich werde mir jetzt feil durch den Tod suchen. Sinn macht's keinen. So... Das heißt, auf Deutsch muss alles, was ich unwert habe... Weil ich werde hier am Bett erscheinen. Das weiß ich heute schon. Das weiß ich heute schon. Hier mal reinpacken. Hier mal reinpacken. Weil... Weil... Das macht sich für mich leichter... Wenn ich von außen... Den Tod finden würde. Weil... Das meinte ich. Bei 5. Und vor allem mit Säugung. Das wäre irgendwann so gut. Und jetzt... Ist halt... Wieder gesund. Zwar nicht ideal, aber... Erscheine auf dem Bett. Wo ist meine Axt? Da kommt ja noch ein Haus rein, ne? Wo ist denn die Axt? Vielleicht tausend meiner... Habe ich ihn nicht reingepackt? Oh, ich bin zu blöd und sehe das nicht. So... Das macht mich nicht zu recht. Ja... Wie ist es? Wie ist denn... Aufpassen... Uh... Wie ist denn das? Wie ist denn das? UNTERTITELUNG Gibt's doch gar nicht. So, jetzt hier die Ranaliere im Haus hier. Guck mal, mach ich mein Bad kaputt hier. Ja, hier bin ich. Oh, ja. Ja, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Fehlt mir Holz. Ja, hier bin ich. Tja. Das kriegen wir hier raus. Leben. Wir haben eine Schaufel. Wir können aber versuchen, hier einen Graben zu graben. Gibt mehr Leben. Irgendwann sagt mir, mit dem Leben kommt es anfangen. Ja, hier bin ich. Ja. Ich bin aber zu mühsam. Ja. 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 Da ist China. ja das sehr mühsam das ist im grunde schlecht meine augen wieder in der tasche die mir entfallen neulich schiene ja ab und vor haus ich war ja beim gucken mal ganz kurz reparieren die besten sachen vielleicht finden wir noch eine schaufel auch stahl oh bleu 1 2 bitte einzeln ja 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 Hmm. Spannende Musik So. Mist. wäre nicht schnell genug gewesen mit einem verband ja aber nur aber da war richtig lieber hier also um die ecke rum na gut und nächstes mal wiederholen war nicht noch nicht fertig okay je weh er bald sogar besser fresschen ist gut doch noch ein topf leereschrank leereschrank jetzt kann man Glück haben Was ist das denn? Ob der Haar schon guckt. Wir müssen mal gucken. Was ist das denn? Oh. Na, 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 na. Aber die Achse ist Gold wert. Oh, Gewehr. Das ist gut. Mega Crash, keine Ahnung. Gebohre. Fahrradpunkte. Nehme mit. Ich bin schon leicht überladen. Mit. Nehmen wir mal rein. Ach, kann ich schon gut bauen. Mal kurz reparieren. Ach, Carabiner. Ah, gut, das war ja ganz gut sein. Ist ja besser wie nix, ne? Man muss verständlich nachladen. Aber wir haben die Evolution dafür. So, liebe Freunde. Jetzt schauen wir mal die Tür rein. Ob der hinterher ist. Und dann ist die heutige Folge zu Ende. Ich möchte mal gleich sagen, bedanken für's Einschauen. Fleißig abonnieren. Und dergleichen. Ratschläge, Kritik. Immer gern gesehen. Und immer rein damit. In den Kommentaren. Jetzt aber mal schüttelte. Tschau, tschau. Und heute wird sich dann fleißig in jedem Fall. Tschüss. Und fertig. Und tschau.